Guten Abend, mein Name ist Friedemann Rapp, das ist Olesja Becker. Wir sind Ben Terrier. Wir sind heute Abend bei der Gründermesse in der Stadthalle in Reutlingen und hier sitzen viele Gründer und Leute, die zumindest mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen und sich in die Selbstständigkeit zu begeben. Ein ganz essentielles Problem, mit dem Gründer nach wie vor zu kämpfen haben und auch viele, ist die Startfinanzierung. Man muss dazu wissen, knapp die Hälfte aller Existenzgründer, die haben Startkapital von 5000 Euro und weniger zur Verfügung. Das ist nicht viel Geld und da wird die Luft ganz schnell auch ganz dünn. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, in was für eine Zeit wir heute leben. Das Internet ist omnipräsent und die eigene Internetseite ist etwas unfassbar Wichtiges. Oft ist sie sogar die Voraussetzung dafür, um eine Geschäftstätigkeit überhaupt erst aufnehmen zu können. Geht man jetzt zu einer Agentur, lässt sich ein Angebot schreiben für so eine Internetseite, dann staunt man nicht schlecht, sind es ruckzuck mal 1000 oder 1500 Euro. Das ist nicht nur viel Geld, es ist vor allen Dingen auch Geld, was Existenzgründer und Unternehmen viel, viel sinnvoller in ihr eigentliches Kerngeschäft investieren könnten. Und genau da setzen wir von Ventario an. Wir geben Unternehmen und Existenzgründern ihre finanzielle Flexibilität zurück. Wie machen wir das? Es gibt zwei Elemente bei dieser ganzen Geschichte. Die eine ist, wir bieten Dienstleistungen wie die eigene Corporate Page zu einem absolut konkurrenzfähigen Preis an, um eine Hausnummer zu nennen an der Stelle. Es geht bei uns los bei 500 Euro. Und zum anderen machen wir alle Dienstleistungen, die wir anbieten, finanzierbar. Das heißt, der Kunde kann sein Projekt bei uns in Raten über eine Laufzeit von in der Regel 12, maximal aber 18 Monaten abbezahlen. Ja, an der Stelle muss erwähnt werden, dass es kein Angebot ist, was sich ausschließlich an Existenzgründer und Startups richtet, sondern allgemein an alle Unternehmen, bei denen entsprechender Bedarf besteht. Und ja, was für Projekte gibt es denn, die man mit uns so realisieren kann? Wir, die Ventario Design Group, wir sind Full-Service-Dienstleister im Web- und Kreativbereich. Wir bieten ein ganz breit gefächertes Dienstleistungsportfolio an. Es fängt an bei Webentwicklungen, geht über CI und Logodesign bis hin zur 3D-Produktvisualisierung. Um dieses breit gefächerte Leistungsportfolio anbieten zu können, haben wir eine Vielzahl von lokalen und internationalen etablierten Kollaborationspartnern, was uns eine ganz unfassbar große Agilität und Flexibilität verschafft. Das ist auch das, was uns von der klassischen Agentur am allermeisten unterscheidet. Ja, wir können ein individuelles Kundenprojekt mit diesen Partnern entsprechend den individuellen Projektanforderungen und Kundenwünschen passgenau umsetzen und gewährleisten, dabei maximale Flexibilität, was uns von den meisten anderen unterscheidet. Wir sind unfassbar flexibel, wir sind absolut kunden- und serviceorientiert, wir sind sozusagen Dienstleistungsinnovator. Heute Abend suchen wir hier Leute, die Interesse daran haben, mit uns zusammenzuarbeiten, die Lust haben, die Idee hinter Venterior mit uns voranzubringen, weiterzuentwickeln und zu promoten. Dankeschön. Applaus